In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man bei Halbebenen und Flächen für verschiedene Abbildungen die Parameterbereiche ablesen kann. Bevor wir gleich loslegen, will ich kurz zeigen, was euch bei diesen Aufgaben erwartet wird, beziehungsweise welche Grundlagen vorausgesetzt sind, um diese Aufgaben nachzuvollziehen. In erster Reihe erwartet uns der Umgang mit Halbebenen, Viertel-Ebenen, Parallelogramme, Dreiecke, Strecken, Halbgeraden und Geraden, beziehungsweise wie man diese geometrisch im Raum festlegt. Die wichtigste Voraussetzung, die folgenden Aufgaben zu verstehen, ist der Umgang mit der Parametergleichung einer Ebene, so wie hier links unten dargestellt. Fürs Erste wollen wir uns an den Aufbau dieser Parametergleichung erinnern. Von links nach rechts fangen wir mit dem Kleinvektor P an. P ist der sogenannte Stützvektor und eigentlich ein Ortsvektor, den man sich sehr vereinfacht einfach als Stützpunkt vorstellen. Das bedeutet einfach, so wie rechts abgebildet, als ein Punkt im Raum. Dann gibt es natürlich noch die sogenannten Richtungs- oder Spannvektoren. Das sind die zwei Vektoren, die die Ebene aufspannen. Man kann sich das Ganze so wie rechts abgebildet vorstellen. Und dann, was uns wirklich interessiert, sind diese zwei Parameter T und S, weil man mit Hilfe dieser Parameter dann Halbebenen, Parallelogramme, Dreiecke und so weiter festlegen kann. Und wie man mit Hilfe dieser Parameterwerte zum Beispiel ein Parallelogramm festlegt, sehen wir jetzt anhand eines einfachen Beispiels. Wenn wir unsere abstrakte Ebene auf der rechten Seite betrachten, die ist natürlich unendlich groß. Allerdings wollen wir jetzt nicht die ganze Ebene betrachten, sondern nur einen gewissen Abschnitt aus dieser Ebene. Und damit meine ich natürlich das grüne Parallelogramm hier. Um dieser Parallelogramm oder die Größe oder die Fläche dieses Parallelogramms festzulegen, braucht man die Eckpunkte des Parallelogramms. Also P, A, B und C. Wenn wir jetzt die passenden Parameterwerte für diese vier Eckpunkte hätten, dann können wir behaupten, dass wir diesen Parallelogramm festgelegt haben. Wir fangen natürlich mit dem einfachsten Punkt an und das ist Punkt P. Im Punkt P oder Punkt P besitzt immer die Parameterwerte 0. Also da ist T0 und S0. Übrigens, das könnt ihr auch sehr einfach nachvollziehen, wenn ihr die Parameter gleich und links anschaut. Wenn ich hier für T und für S0 einsetze, dann bleibt ja nur diesen Kleinvektor P übrig. Und das ist natürlich der Ortsvektor zu Punkt P. Als nächstes wollen wir Punkt A festlegen. Um von P nach A zu kommen, müssen wir einmal in Richtung U gehen. In Richtung V bewegen wir uns gar nicht. Deshalb lauten die passenden Parameterwerte T gleich 1, weil wir mit T gleich 1 einmal in Richtung U gehen und S gleich 0, weil wir uns nicht in Richtung V bewegen. Als nächster Punkt wählen wir C. Um von P nach C zu kommen, müsst ihr euch nur in Richtung V genau einmal bewegen. Das heißt, T ist 0, weil wir uns nicht in Richtung U bewegen und S ist 1. Und unser letzter Punkt B. Um B zu erreichen, müssen wir erstmal von Punkt P zu A gehen und das ist einmal Vektor U und dann von A nach B. Von A nach B ist das gleiche wie von P nach C, also einmal Vektor V. Entsprechend hat dann B die Parameterwerte T gleich 1 und S gleich 1. Damit hätten wir jetzt die Fläche dieses Parallelogramms festgelegt. Und hier ist unsere Aufgabe. Es gibt in diesem Zusammenhang grundsätzlich zwei verschiedene Aufgabenarten, die vorkommen können. In diesem Tutorial werden wir uns nur die erste Art anschauen und zwar, wie man anhand einer Abbildung die Parameterbereiche bestimmt. Die Gegenrichtung, also wie man bei gegebenen Parameterbereichen die Abbildung skizziert, findet ihr in einem anderen Tutorial am Ende dieses Videos im Abspann. Hier haben wir unsere Aufgabenstellung und die werde ich jetzt kurz überfliegen. Die abgebildeten Halbebenen und Flächen werden durch die Fektoren U und V erzeugt und in der Parameterform beschrieben. Gib die zugehörigen Parameterbereiche an. Unsere erste Teilaufgabe ist ein Parallelogramm. Und bevor wir mit der Auswertung anfangen, solltet ihr erstmal die Zusammenhänge zwischen dieser Parametergleichung hier oben und unsere Figur erkennen. Damit meine ich natürlich bei der Parametergleichung sehen wir den Stützvektor p und das ist bei uns der Stützpunkt p, so vereinfacht gesehen. Und dann sehen wir die zwei Richtungen oder Spannvektoren, jeweils mit dem Parameter t und s. Das bedeutet, so wie man anhand der Gleichung erkennt, Parameter t gehört zu Richtungsvektor u und Parameter s gehört zu Richtungsvektor v. Diese Sachen können natürlich von Aufgabe zu Aufgabe variieren, deshalb ist es wichtig, dass man am Anfang so ein bisschen die Zusammenhänge erkennt. Um diese Figur festzulegen, brauchen wir natürlich wieder die Eckpunkte dieses Parallelogramms. Und wir fangen wieder dort an, wo es am einfachsten ist, also bei p. Hier hat sich nichts geändert, bei p lauten die Parameterwerte t gleich 0 und s gleich 0. Als nächstes gehen wir von p zu a. Von p zu a gelangen wir, indem wir einmal nach rechts in Richtung u gehen. Deshalb wäre das entsprechend hier t gleich 1. Und weil wir uns nicht in Richtung v bewegen, bleibt es 0. Als nächstes nehmen wir Punkt c. Um zu c zu gelingen, müssen wir natürlich nur in Richtung v gehen. Aber wir müssen nicht nur einmal in Richtung v, sondern, so wie hier abgebildet, sogar zweimal. Das bedeutet, der Parameterwert für t ist 0, weil wir uns nicht in Richtung u bewegen. Und für s ist natürlich 2, weil wir zweimal in Richtung v gehen. Und unser letzter Punkt b, da starten wir wieder in p. Wir gehen erstmal nach rechts Richtung a. Also t ist 1. Und dann von a nach b ist das gleiche wie 2v. Das bedeutet, t ist hier 1. Und s ist 2. Und natürlich muss man das am Ende nochmal ein bisschen zusammenfassen. Also, wenn wir die Werte hier in dieser Eckpunkte betrachten, dann sehen wir zum Beispiel für t minimaler Wert 0, maximaler Wert 1. Also, man kann das Ganze so angeben. 0 kleiner gleich t, kleiner gleich 1. Und für s, minimaler Wert 0, maximaler Wert 2. Von daher, 0 kleiner gleich s, kleiner gleich 2. Und hier ist unser Teilaufgabe b. Es handelt sich erneut um einen Parallelogramm. Aber, was bezüglich der Vektoren u und v ein bisschen anders im Raum platziert ist. Mal sehen, wie das hier die Parameterwerte beeinflusst. Auch hier bräuchten wir natürlich die Parameterwerte für die vier Ecken. Und wir fangen erneut in p an. Wie bereits bekannt, in p, t ist 0, s ist 0. Wir haben jetzt die Wahl, in welche Richtung wir gehen. Ich entscheide mich erstmal für den Punkt a. Also, um von p nach a zu kommen, müssen wir nur in Richtung v gehen. Das bedeutet, t ist 0. Und wir gehen genau einmal in Richtung v. Deshalb, s ist 1. Jetzt, als nächstes, wollen wir die Parameterwerte für diesen Punkt c. Um in Punkt c zu gelangen, muss man in die Gegenrichtung des Vektors u gehen. Und zwar, wenn man das hier abschätzt, und das ist wirklich so einfach, um genau die Hälfte. Deshalb können wir diese Richtung mit minus 1,5 Vektor u beschreiben. Und das heißt für uns, dass t dann automatisch minus 1,5 ist. Und in Richtung v haben wir uns gar nicht bewegt. Deshalb ist s wieder 0. Unser letzter Punkt ist b. Ja, man kann es auch zusammensetzen, aus der Koordinaten oder Parameterwerte der Punkte a und c. Aber man kann ja auch selbst den Weg dahin finden. Wir könnten erstmal zum Beispiel von p nach c gehen. Das ist, da ist t dann minus 1,5 und dann von c nach b. Von c nach b ist genau die Richtung v und zwar einmal. Das bedeutet, t ist minus 1,5 und s wäre in diesem Fall 1. Und das Ganze können wir dann auch noch zusammenfassen. Also, der geringste Wert für t ist minus 1,5 und der größte 0. Das bedeutet, wir können das Ganze so hinschreiben, minus 1,5, kleiner gleich t, kleiner gleich 0. Und bei s ist der kleinste Wert 0 und der größte 1. Das bedeutet 0, kleiner gleich s, kleiner gleich 1. Und hier sind die nächsten zwei Teilaufgaben. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auch auf Pause drücken und erstmal versuchen, die Aufgaben selbst zu bearbeiten. Entsprechend dann am Ende mit meinen Lösungswege vergleichen. Wir fangen natürlich mit der Teilaufgabe c, also mit der linken Abbildung an. Und dort erkennen wir eine Fläche, die in drei Richtungen begrenzt ist. Das heißt, nach links, nach unten, nach rechts, durch diese durchgezogenen Linie, ist die Fläche begrenzt und nur nach oben ist sie offen oder unendlich groß. Wir wollen natürlich wieder die Parameterwerte haben. Wir fangen natürlich wieder mit dem Punkt p an. Da sind die Parameterwerte im Stützpunkt wie immer. t gleich 0 und s gleich 0. Als nächstes können wir die rechte Ecke dieser Figur als Punkt a bezeichnen. Um von p nach a zu kommen, müssen wir natürlich wieder nur einmal in u-Richtung gehen. Deswegen ganz einfach. t ist 1 und s ist natürlich wieder 0. So, die Frage ist, was machen wir jetzt hier nach oben? Nach oben fangen wir mit der rechten Seite an. Da geht es mit t gleich 1, weil wir sind von p zu a gegangen. Von a gehen wir nach oben. Deshalb ist t gleich 1. Und für s gibt es eigentlich nach oben keine Begrenzung, weil wir können diesen Vektor v unendlich oft hintereinander setzen, so dass wir halt eine unbegrenzte Fläche haben. Das bedeutet für uns, vereinfacht, dass s gegen unendlich läuft. Wie wir das am Ende schreiben, sehen wir noch. So, ähnlich passiert es auch auf der linken Seite, wenn wir uns das jetzt hier als einen Pseudopunkt vorstellen. Wir gehen hier gar nicht in u-Richtung, deshalb t wäre an dieser Stelle natürlich 0. Und s, naja, s läuft auch hier gegen unendlich. So, wenn wir jetzt die Parameterbereiche festlegen wollen, dann können wir das Ganze auch so schreiben. Für t ist es ganz einfach. Wir sehen, es pendelt nur zwischen 0 und 1. Deshalb können wir sagen, 0 kleiner gleich t, kleiner gleich 1. Und s kann alle positive Werte annehmen. Also, das bedeutet, wir können entweder schreiben, s ist größer gleich 0. Das bedeutet alles von 0 bis unendlich. Oder, alternativ, ich setze es mal in Klammer, wir können auch so schreiben, s ist Element von r, die Menge der reellen Zahlen, 0 und plus. Also, das plus bedeutet, das sind nur die positiven reellen Zahlen und die 0 unten bedeutet, dass die 0 dabei ist, was auch der Fall ist. Die nächste Teilaufgabe ist, wie man es ganz gut erkennen kann, ein Dreieck. Diejenigen von euch, die das vor kurzem vielleicht in Unterricht gesehen haben oder sich zuerst das Grundlagenvideo angeschaut haben, wissen, dass diese Figuren am schwersten zu bescheiden sind. Trotzdem gehen wir am Anfang genauso vor, wie bei den anderen Figuren. Das bedeutet, wir beschriften die Ecken. Hier rechts ist Punkt A und oben ist Punkt B und versuchen erstmal für diese Ecken die Parameterwerte herauszufinden. Also, P ist unser Stützpunkt, deshalb nichts Neues. T ist 0 und s ist 0. Als nächstes suchen wir die Parameterwerte für den Punkt A. Ich glaube, man kann ganz gut erkennen, dass man zu A zweimal in Richtung U gehen muss. Das bedeutet, für A gilt dann T ist gleich 2 und weil wir uns nicht in Richtung V bewegen, natürlich s ist gleich 0. So, ähnlich auch beim Punkt B. Wir bewegen uns nicht in U-Richtung, deshalb ist T 0. Aber wir müssen zweimal in V-Richtung springen, deshalb ist s gleich 2. Und wenn wir die gleiche Takte wie vorher benutzen, heißt das für uns, anhand dieser Eckpunkte können wir schon die passenden Parameterwerte erkennen. Das ist auch okay für den Anfang und das werden wir auch hinschreiben. Also, so wie wir anhand der Eckpunkte erkennen, für T gibt es nur Werte zwischen 0 und 2. Das heißt, wir könnten hier schreiben 0 kleiner gleich T kleiner gleich 2 und für s ebenfalls so. Also, 0 kleiner gleich s kleiner gleich 2. Allerdings gibt es hier an dieser Stelle jetzt ein kleines Problem. Wir erinnern uns, das gleiche haben wir auch bei den ersten zwei Teilaufgaben gemacht, wo wir Parallogramme hatten. Das bedeutet, wir würden jetzt hiermit nicht dieses Dreieck eingrenzen, sondern ein Parallogramm, was auch dieses Dreieck beinhaltet. Also, unser Hauptproblem ist genau diese Kante AB. Die dürfen wir nicht nach oben sozusagen dieser Abbildung überschreiten. Und das bedeutet für uns, wir brauchen noch eine zusätzliche Randbedingung an dieser Stelle, die uns maximal Punkte auf dieser blauen Kante hier erlaubt. Diese zusätzliche Randbedingung kann man sich auch durch Probieren sehr gut zusammenwürsteln, sozusagen. Und dafür machen wir folgendes. Wir suchen jetzt bei dieser Kante AB einfach die Mitte. Die schätze ich jetzt einfach mal hier ungefähr und sage oder beschrifte sie mit Punkt M. So, die Frage ist, wie kommen wir eigentlich zu diesem Mittelpunkt? Naja, wir können uns einfach das Ganze so vorstellen. Von P gehen wir erstmal bis zur Mitte dieser Kante PA, also bis zur Spitze des Vektors U. Das ist ja die Hälfte. Und von U gehen wir dann zu M. Von U zu M ist das gleiche wie Vektor V. Übrigens, wieso das so ist, hat was mit Strahlensätze zu tun. Und das wollen wir hier an dieser Stelle nicht vertiefen. Deshalb nimmt es alles von Gott gegeben. Und aus dieser Art und Weise können wir jetzt auch die passenden Parameterwerte für den Punkt M festlegen. Also das heißt für uns, 1 mal T, also T ist 1 und S wäre 1. Um ehrlich zu sein, hätte man an dieser Stelle eigentlich schon diese Randbedienung. Aber ich will euch noch einen Grund liefern, damit ihr besser nachvollziehen könnt, wieso die Randbedienung so aussieht, wie sie gleich aussehen wird. Und dafür nehme ich noch einen weiteren Punkt auf dieser blauen Kante. Und zwar genau die Mitte zwischen M und A und bezeichne es als Punkt N. Und jetzt machen wir uns ein paar Gedanken, wie wir von P nach N kommen. Naja, um von P nach N zu kommen, gehen wir erstmal bis ungefähr hier. Das ist die Mitte dieser grünen Kante hier. Und bezogen auf den Vektor U können wir behaupten, dass das 1,5 mal Vektor U wäre. Also die Länge dieses Vektors. Und dann bräuchten wir noch dieses Stückchen hier. Hier, das verrate ich euch, es ist wieder die Hälfte des Vektors V. Genau die gleiche Daktik wie vorher. Wenn man hier N als die Mitte zwischen A und M hat, dann weiß man, dass dieser Kantenlänge auch die Hälfte von dieser Kantenlänge ist, anhand der Strahlensätze. So, wenn wir jetzt die passenden Werte für T und S hinschreiben, dann wäre T gleich 1,5 und S natürlich entsprechend 0,5. Und ich glaube, jetzt kann ich euch verraten, was die Randbedingung ist. Die Randbedingung ist die Summe dieser Parameterwerte. Oben haben wir jeweils 1. 1 plus 1 ergibt 2. Und unten haben wir 1,5 plus 0,5 ergibt ebenfalls 2. Das bedeutet, die dritte Randbedingung, damit wir uns nur in diesem Dreieck hier befinden, lautet T plus S darf höchstens 2 sein. Natürlich sind die ersten zwei Randbedingungen auch noch wichtig und ihr müsst ihr auch unbedingt erwähnen. Aber das wäre dann hier vollständig. Und hier ist unsere letzte Teilaufgabe. Ja, in Sachen Dreiecke kann man behaupten, schlimmer geht es immer. Wir fangen auch hier mit der gleichen Vorgehensweise an. Das bedeutet, wir markieren die Ecken, versuchen erstmal die passenden Parameterwerte für diese drei Eckpunkte herauszufinden. Wie wir hier bereits wisst, MP, T ist 0, S ist 0. Bei A gehen wir nur einmal in V-Richtung, deshalb T ist 0 und S ist 1. Und um Punkt B zu erreichen, gehen wir einmal in die Gegenrichtung von U. Also wir können ja sagen, in die Richtung gehen wir mit minus 1 U. Und dann lauten die Parameterwerte T ist minus 1 und S ist 0. Und diese Einschränkung halten wir erstmal wieder fest. Also T, kleinster Wert minus 1, größter Wert 0. Das heißt, minus 1 ist kleiner gleich T, ist kleiner gleich 0. Und für S, kleinster Wert 0, höchster Wert 1. Von daher 0 kleiner gleich S, kleiner gleich 1. Also, die ersten zwei Randbedingungen haben wir. Jetzt brauchen wir noch die dritte. Um die dritte Randbedingung herauszufinden, müssen wir wieder die Parameterwerte für die Punkte auf dieser Kante AB betrachten. Und am einfachsten ist, wenn wir erneut die Mitte wählen. Also wir haben hier Punkt M und machen uns ein paar Gedanken, wie wir von P nach M kommen. Dafür müssten wir erstmal die Hälfte des Vektors U in negative Richtung bis hier gehen. Also das wäre dann entsprechend minus 0,5 U. Und dann von hier zu M ist ebenfalls die Hälfte von Vektor V. Das heißt für uns, die passenden Parameterwerte lauten dann T ist minus 0,5 und S ist dann 0,5. Nun mal so gedanklich, die Summe dieser beiden Parameterwerte wäre 0. Aber diese Summe muss erhalten bleiben für alle Punkte, die auf dieser Kante AB liegen. Deshalb machen wir die Probe mit noch einem Punkt. Also wir wählen hier auch noch die Mitte zwischen B und M als Punkt N. Und wenn wir hier gelangen wollen, dann müssen wir drei Viertel von diesem negativen Vektor U nehmen. Also das sind ja bis hier sind minus 0,75 U sozusagen. Und von hier zu N sind dann nur noch ein Viertel von Vektor V, also 0,25 V. Also die Parameterwerte wären dann minus 0,75 T und 0,25 V. Wenn wir jetzt hier die Summe der Parameterwerte bilden, kommen wir leider nicht auf 0, sondern auf minus 0,5. Also beim ersten Blick sieht es so aus, als würde unsere Taktik von der Teilaufgabe davor nicht mehr funktionieren. Allerdings funktioniert sie. Man muss nur berücksichtigen, dass man jetzt mit dem Parameter T in die Gegenrichtung gelaufen ist. Und das tut man, indem man beim Addieren einfach Folgendes macht. Also ihr schreibt dann immer noch S plus T. Allerdings beim T macht ihr noch ein Minuszeichen davor, weil ihr in die Gegenrichtung von U gelaufen seid. Und wenn man das tut, und zwar bei allen Zahlen da oben, das bedeutet zum Beispiel bei M hätten wir dann minus minus 0,5, ist natürlich wieder 0,5, plus 0,5 ergibt 1. Und bei Punkt N hätten wir dann 0,75 plus 0,25 ergibt ebenfalls 1. Also so kommt ihr dann auf die Randbedingung. Und das war die dritte und die letzte Randbedingung. Wie bereits erwähnt, findet ihr gleich im Abspann noch weitere Übungsaufgaben zu diesem Thema, so wie andere Tutorials, zum Beispiel zu den Grundlagen von Halbebenen und Flächen oder Umformung von Ebenengleichung. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.